Wer Chili anbauen möchte, sollte früh anfangen. Sie braucht nämlich relativ lange, bis wir sie beernten können. Ganz früh könnten wir schon im Dezember anfangen, aber bis März sollte die Aussaat auf jeden Fall erfolgt sein. Bis zum März hin brauchen wir den Einsatz vom Kunstlicht, damit die Jungpflanzenanzucht gut funktionieren kann. Wir verwenden gerne eine Aussaaterde und unsere blauen Aussaatschälchen. Die Erde wird ein bisschen angedrückt, wir verteilen unsere Samen mit einem regelmäßigen Abstand, dann ist das Pikieren hinterher einfacher. Natürlich kommt wieder Erde drauf, es wird wieder angedrückt, wir haben eine Saattiefe von ungefähr einem Zentimeter und dann wird angegossen. Das Beschriften sollten wir nicht vergessen, vor allen Dingen, wenn wir mehrere Sorten von Chili anbauen. Wichtig ist die Keimtemperatur, denn die Chili braucht es wirklich sehr warm, damit sie gut keimen kann. Für die Keimung an sich muss sie auch noch kein Licht haben, da kann sie dunkel stehen auf einer Heizung oder ihr legt zum Beispiel eine Wärmeplatte für einen Heizimpuls drunter. Wir machen das auch und welche wir benutzen, haben wir in der Infobox für euch verlinkt. Wir sehen also, für die Keimung ist die Wärme bei der Chili sehr wichtig. Also 20 Grad sollte es mindestens haben, aber lieber mehr, 23, 24 oder auch 26 Grad hat sie ganz gerne. Und die Keimdauer, bis sie dann keimt, ist unterschiedlich. Das kann eine Woche dauern, das kann aber auch vier Wochen dauern, je nachdem, wie alt das Saatgut ist oder auch welche Sorte es ist und wie die Bedingungen sind. Wenn euch dieses Video gefällt, gebt ihm gerne einen Daumen hoch und wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne unseren Kanal kostenlos abonnieren. Nach der Keimung sollten wir unbedingt darauf achten, dass wir die Aussatzschale kühler stellen, also nicht mehr die über 20 Grad, sondern zwischen 15 und 20 Grad, damit sie uns nicht zu schnell nach oben wachsen und einfach so lang und instabil werden. Wenn sie dann etwas größer geworden sind, ist es Zeit, sie zu pikieren. Das machen wir ganz vorsichtig mit einem Pikierstäbchen und beim Umsetzen achten wir darauf, dass wir sie tiefer setzen. Wir pikieren wieder in eine Aussaaterde und falls gelbliche Blätter auftauchen oder die Pflänzchen ein bisschen schlapp aussehen, dann arbeiten wir einfach mit einem Flüssigdünger nach. Ab April ist es dann soweit, dass wir anfangen können, die jungen Pflänzchen nach draußen zu tragen, tagsüber, um sie an die Sonne zu gewöhnen und sie ein bisschen abzuhärten. Nach den Eisheiligen im Mai können die Chili dann rausgepflanzt werden. Allerdings sind sie nicht so wirklich fürs Freiland geeignet, denn sie haben es gerne immer ein bisschen wärmer als zum Beispiel Paprika. Wo sie gut stehen, wäre geschützt auf der Terrasse in Kübeln, das wäre eine gute Möglichkeit oder im Gewächshaus. Wenn wir sie dann pflanzen, sollten wir daran denken, dass es Starkzehrer sind, also sie brauchen ein bisschen mehr Power in der Erde. Wir könnten Mist einarbeiten oder Kompost oder vererdeten Bokashi, das wären Möglichkeiten. Wichtig ist auch, dass wir sie am liebsten immer zu zweit hinstellen, dann haben wir einfach einen höheren Ertrag und sie sollten angebunden werden, einfach an Bambusstäbe oder so, damit sie eben nicht umknicken und stabilisiert sind. Im weiteren Anbauverlauf beobachten wir die Pflanze und schauen, wie sie aussieht. Hat sie gelbliche Blätter, ist sie ein bisschen schwach, braucht sie ein bisschen Stärkung oder braucht sie eine Düngung, da gehen wir ganz dynamisch drauf ein. Ebenso mit dem Gießen. Finger in die Erde und gucken, wie trocken es ist. Wobei bei der Chili ist es natürlich auch ein Trick, wenn sie mit dem Wasser kurz gehalten wird, also weniger gegossen wird, dann ist sie auch hinterher im Geschmack ein wenig schärfer. Hochwertiges, biologisches und natürlich auch samenfestes Saatgut findet ihr bei uns in unserem Online-Kiosk Gartengemüsekiosk.shop Die Chili-Ernte beginnt meistens ab August, sie zieht sich aber recht lang, ja sogar bis zum Dezember hin. Ich habe letztens noch im Dezember Chili geerntet, was besonders schön ist, denn die Verarbeitungsmöglichkeiten für Chili sind ja unheimlich facettenreich. Ob es jetzt einfach das reguläre Trocknen ist und sie werden auf eine Schnur aufgefädelt oder hinterher zu einem Pulver verarbeitet, das machen wir sehr gerne, wobei wir mixen dann draußen, denn das ist ja schon eine scharfe Angelegenheit. Oder Chili können auch beispielsweise eingelegt werden in Öl oder süß-sauer eingekocht werden. Sie können beim Fermentieren zum Einsatz kommen, sie können sogar eingefroren werden. Oder was macht ihr am liebsten mit den Chili? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Chili sind sehr, sehr vielfältig. Ebenso ihre Sortenvielfalt. Habt ihr samenfestes Saatgut ausgesät, dann könnt ihr hinterher auch euer eigenes Saatgut wieder entnehmen. Das geht gerade bei den Chili-Früchten sehr einfach. Trocknet das Saatgut einfach und säht es dann im nächsten Jahr wieder aus. Wir vom Gartengemüsekiosk wünschen euch unheimlich viel Freude und auch Erfolg beim Aussehen und natürlich auch beim Ernten von Chili. Und wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen weiterzuschauen, haben wir hier unser Video verlinkt zum Thema Aussaat im Januar und natürlich auch unsere Playlist von unseren kurzen knackigen Anbau-Videos. Bis zum nächsten Video!